Böse Witze, die fast schon zu kritisch sind. Mein Herz schlägt schneller als deins, Andreas B. singt im Leichenschauhaus. Was sagen sie dazu, dass ihr Sohn 15 Leichen zerstückelt, abgepackt und in die Kiste gelagert hat? Er war schon als Kind sehr ordentlich. Ja, nicht so wie ich, ne? Ich suche noch seit Jahren den Mörder meiner Frau. Deine Frau wurde ermordet? Nein, ich sagte, ich suche noch. Okay, gut. Wenn ich jemandem Frühstück ans Bett bringe, möchte ich ein Dankeschön hören. Und kein, was machen sie in meinem Haus? Kann ich komplett nachvollziehen. In jedem Mann steckt etwas Gutes und wenn's auch nur das Küchenmesser ist. Boah, der sticht tief ins Herz.